Hallo, 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 hallo. Herzlich Willkommen bei Pokemon Mystery Dungeon Portale Indie Unendlichkeit. Tolles Spiel. Stickcard wird überprüft. Überprüfen der Stickcard abgeschlossen. Neuerungswahrer Inhalte sind im Abschnitt erhältlich. Schauen wir mal, was das für welche sind. Ja, neue Inhalte suchen. Schauen wir mal. Was gibt's denn da? Zahnfelsen, 1,50. Ich hab auch nix mehr auf meiner Karte drauf. Kann ich mich erstmal kaufen? Ja, dann geht das wohl nicht. Wir starten nun, beziehungsweise, fortsetzen um das Spiel. Was bisher geschah. Stripoli hat ein Geschäft im Paradieszentrum eröffnet. Sieht ganz so aus, als würde er sich hier endlich wieder der Arbeit verschreiben. Stück für Stück wechselt das Pokemon Paradies. Ja, geht's auch gleich mal los. Dein hier. Was geht mit hier vielleicht neu? Ach, vielleicht neu, wie ist das? Ich bin ein wenig, klein bin ich aufgeregt. Ne, gut. Das freut mich für dich. So. Haben wir Geld? Dann legen wir das gleich mal ab. Und ja, obwohl... Wir wollten ja was für Arbeit. Wir wollten ja machen, dass der Stripoli uns das baut. Nehmen wir doch ein bisschen Geld. Wie viel nehmen wir? 500. 528. Geben wir mal zu Stripoli hin und bitten ihn, was zu bauen. Die Erschließung des Kanzlers kann zu getrost und zu überlassen. Stripoli, der Kurs, den steht zu diesen. Oh, ne, was ist das? Hey, geil. Dann müssen wir es anders machen. Wir laufen jetzt dort zu diesem Grundstück hin. Ah, nicht in Fäuschen. Was kann man denn hier machen? Nichts besonders. Wir gehen zur saftigen Wiese. Stripoli rufen. Du willst ja eine Einrichtung bauen? Ja, was für eine Einrichtung soll gebaut werden? Das ist cool. Feuerdojo. Bären... Was gibt's denn noch? Dojos würde ich jetzt erstmal nicht vorschlagen. Bärensamet finde ich nicht schlecht. Nehme ich das mal. Oh, du hast nicht hier ein Baumaterial. Baumaterial bekommst du als Lohnvererledigung und Chops. Also absolvieren, du hast noch ein paar Chops. Und was brauchen wir jetzt noch? Kostbare Zweige. Vier Stück. Okay. Vier kostbare Zweige. Wodeln wir jetzt bei einem neuen Auftrag. Kostbare Zweige. Wo gibt's denn das? Da hier Kostbare Zweige. So, irgendwo mehr. Da, Kostbare Zweige. Zwei. So besser. Einen Kostbare Zweig. Wo war denn das jetzt genau? Kostbare Zweig zwei war das. Hier, genau das. Möchtest du dich gleich aufmachen? Den Job, Trendflasche zu erledigen. Ja, du machst dich also auf den Weg, Trendflasche zu erledigen. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll, aber ich schaff das schon. Und das Shop wird alles nun geöffnet. Viel Erfolg. Ich glaube, ich muss irgendwie eine Flasche finden, oder so. Nee. Warte mal. Geld. Ablegen. Legen uns ab, nicht, dass wir es verlieren. Möchtest du dich auf den Weg machen? Ja, das ist so willig. Das wollen wir. Das wollen wir. Nein, nein, nein. Wo sind wir denn nun? Auch hier mit dem Hüpfen. Wir kämpfen mal gegen dieses Viecher. Ging an viele Nussig. So wie siegt. Level von Fleck, Neul, Elite auf 5 gestiegen. KP, Sender um 1 gestiegen. Angriff 2, Spezialangriff 1 und Kampf gewonnen. Der voll der krasse Kampfkart. Und los, EA3. Wir gehen nun hier hoch. Möchtest du über die Baumstörfe klettern, weiter gehen wir an. Bezüge lustiges Gehüpfen. Der Wandelpass C2. Ein Folikon oder ein Strawickel? Ein Strawickel ist da. Halt. Halt da noch Schocken. Und gut. Und die Video hat besiegt und das Land von Fleck, Neul, Elite auf 6 gestiegen. Ups. KP um 1. Parteien um 1. Spezial um 1. Und hier. Nun gehen wir nach oben. Wandelpass E3, Neul. Keine Zeit, sich auszuruhen. Wir müssen jetzt hier weiter. Und hier ist was. Im Leuchtboden gefunden. Eine Fragiherbeere. Strawickel. Wobbelheb. Gegen Strawickel. Ruckzucki von Viridian. Und es besiegt. Ist hier noch irgendwas? Sieht gar nicht so aus. Doch hier ist noch was im Boden. Im Leuchtboden graben. Fliehob gefunden und den Beutel verstaubt. Möchtest du über die Baumstelle verkehrt, dann weitergehen? Und ja. So. Da bin ich schon lang. Dann immer mal links. Oder rechts. Da bin ich schon lang. Geld. Ich weiß jetzt nicht, welche die Ziel-Ebene ist. Aber ich glaube, jetzt müsste es sogar kommen. Die Terms ablegen. So, die ganzen Bänder ablegen. Und das Geld ablegen. Und weiter geht's. Möchtest du weitergehen? Ja, doch eigentlich schon. Ja. Warte. Ja. Und ja, das hat Poké. 66. Bei sich geraden. Und gehen wir hier nach oben. Da ist es nicht. Gehen wir nach unten wieder. Da ist hier. Schon besser, sieht das hier aus. Das ist Team-Albera, Felino. Felino möchte ins Team. Nimmst du Felino auf? Bitte wähle einen Spitznamen. Felin. Felin. Felin ganz sicher. Felin ist jetzt im Team. Felin zum Paradies zurück. Das ist das Marum, Bär und Felino. Das ist das Marum, Bär und Felino. Und das ist gesiegt. Und das ist gesiegt. Hier ist eine Treppe, die betätigt wird. Felin. Oder sie verwenden sie jetzt und gehen in den Ezek. Ich habe es gleich geschafft. Besiegt. Der Level von Fleck Neuli ist um 8 gestiegen. Fleck Neuli hat die Attacke Windstoß erlernt. Die KP sind um 1 gestiegen. Angriff um 1. Verteidigung um 1. Spezialangriff um 1. Spezialverteidigung um 1. weiterzunehmen. Und nun gehen wir hier rein. Weitergehen, jawoll, ne. Bundle Pass E7. Das ist dann Ziel-Ebene. Immer noch nicht. Das sei am Ende wird sein. und es scheint, dass Fleck Neul verletzt ist und wir geben es Fleck Neuli und er ist wieder gehalten zum Glück, es wäre echt schlimm gewesen wenn hier Fleck Neuli gestorben wäre, zwar nicht wirklich aber, naja muss er die ganze Zeit Heule einsetzen benutze das Chaos Orb, um die Gegner für eine Weile zu verwirren mach davon Gebrauch, wenn du unerwartet viele Gegner auf einmal triffst ein Ersterror Blöd, wenn sie den Sprüderwickel mit einem Pikachu anlegt da hier nach Strahlwickel hat Top-Elexie aufgenommen und damit endlich auch die Folge bis zum nächsten Part, Tschüss und damit dann und damit